Ein Mann sitzt in der Kneipe am Tresen und ist voll deprimiert. Der Barkeeper geht schließlich rüber zu ihm. Hey, warum das lange Gesicht? Der Mann seufzt, ich hab meine Frau beim Sex mit meinem besten Freund erwischt. Der Barkeeper klopft ihm tröstend auf die Schulter. Scheiße, das ist hart. Was hast du gemacht? Ich hab meine Frau gepackt, aus dem Haus geworfen, ihre Klamotten aus dem Fenster geschmissen und ihr gesagt, dass ich sie nie wieder sehen will. Nicht schlecht, nickt der Barkeeper anerkennend. Und was hast du mit deinem besten Freund gemacht? Ich hab drohend mit dem Finger gewedelt und gerufen, böser Hund. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.